Scheiße! Michael! 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 Michael, was ist denn da unten los? Können wir dir helfen? Michael! Michael! Raus da hin! Ja! Michael! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammte Scheiße! Scheiße, holt den Sprengstoff, wir gehen runter! Sprengstoff ist nicht gut, Mann! Wir gehen runter, alle! Da ist er! Los, komm, Michael! Schnell! Geh fast mit an! Los, fass doch mit an! Pass auf, sein Arm! Sein Arm hin! Vorsichtig hinlegen! Wir brauchen eine Aderpresse, wir müssen die Blutung stoppen! Das ist eine schlimme Verletzung! Hier, versuch's damit! Zieh ihn den Anzug am besten! Ich hol ein Desinfektionsmittel! Oh Mann, mach dir keine Sorgen! Michael, wie geht's dir? Los, fass doch mal mit an! Ich glaube, er hat einen Schock! Clarence, beeil dich! Wir brauchen eine Aderbachung! Wir brauchen eine Aderpresse. Das war eine Aderpresse ツahein ein, der sichere Ansizar sagt. Wir brauchen eine Frage. Um ein bringe!